Als nächstes möchte ich das soeben importierte Musikstück hier unter meinem Film unterlegen. Und dazu wechsle ich jetzt erstmal im BIN in das Verzeichnis, wo sich die Musik befindet. Klick mal doppelt auf den Clip. Dann wird der hier wieder in die Vorschau geholt. Und da es sich hier um einen Audio-Clip handelt, sehe ich natürlich kein Bild. Der enthält nur Ton. Ich könnte ihn jetzt hier nochmal anspielen. Ich könnte auch mit MARKIN und MARKOUT den Bereich setzen, den ich jetzt hier aus diesem Musikstück übernehmen will. Das möchte ich jetzt mal nicht. Ich möchte den komplett übernehmen. Und möchte den auch mit der Methode, die wir schon kennengelernt haben, hier über die Vorschau jetzt wieder in meine Zeitleiste einfügen. Grundsätzlich passiert das natürlich hier auch wieder über das Mapping. Und wenn ich jetzt hier mal reinschaue und die Mapping-Spalte, dann ist das V-Symbol ausgegraut. Denn hier in meiner Vorschau für das BIN liegt ja momentan nur Audio. Also kann ich hier auch kein Video einfügen. Dementsprechend gibt es hier nur das Symbol A12, mit dem ich festlegen kann, auf welche Spur mein Material importiert wird. Bevor ich das jetzt festlege, klicke ich nochmal in die Timeline. Dann wechselt sich wieder der Fokus der Vorschau. Und ich gebe an, wo ich einfügen möchte. Ich möchte ganz am Anfang einfügen. Damit wäre das festgelegt. Jetzt gehe ich wieder zur Musik. Und muss mich jetzt entscheiden, auf welche Spur soll mein Audio-Material. Per Drag & Drop schiebe ich dieses Symbol auf die Spur 1A. Audio-Spur 1A. Hier soll das Ganze platziert werden. Und jetzt gäbe es ja wieder zwei Methoden. Entweder hier diese In-Timeline überschreiben. Oder In-Timeline einfügen. Bei In-Timeline einfügen würde jetzt im Moment alles andere nach rechts verschoben werden. Was ich hier in dem Fall nicht haben möchte. Deswegen sage ich, er soll das einfach so, wie es ist, hier in diese Spur hineinschreiben. Also klicke ich hier mal drauf. Jetzt wechselt hier die Ansicht, sodass ich eigentlich nur noch das Ende von dem Audio-Clip sehen kann. Ich klicke hier einfach mal in die Mitte von diesem Zoom-Feld. Dann wird das ganze Projekt angezeigt. Ich schiebe das Ganze zurück bis an das Ende meiner Video-Clips. Jetzt klicke ich hier nochmal in die Zeitskala und wieder auf Anpassen. Dann wird die Vergrößerung wieder an den Inhalt angepasst. Und so würde das eigentlich jetzt ganz gut passen. Meine drei Video-Clips werden jetzt hier von dieser Musik untermalt. Kurze Anmerkung noch zu dieser Vorgehensweise. Natürlich erscheint das dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen unpraktikabel, wie ich das jetzt hier gemacht habe, über das Einfügen. Aber mit der Methode haben wir uns nochmal mit dem Mapping und mit den Insert-Methoden beschäftigt. Was mir an dieser Stelle nochmal ein Anliegen war, damit man wirklich ein Gefühl für diese Methoden bekommt, mit denen man eben sehr präzise einfügen kann und auch wirklich eine gute Kontrolle darüber hat, was jetzt hier in EDIUS passiert. Zum Test möchte ich das Ganze nochmal kurz anspielen. Ich ziehe also meinen Timeline-Cursor an den Anfang und lasse hier mal kurz Überwiedergabe anspielen.